Ivona Dadic stellt bei den Mehrkampfmeisterschaften in Götzes mit 6419 Punkten eine Jahresweltbestleistung im Siebenkampf auf. Einen österreichischen Rekord verhindert das schlechte Wetter. Bei zwei Tagen mit strömendem Regen und Kälte gibt es keine Chance auf einen österreichischen Rekord. Dafür sind die mehr als 6400 Punkte für Ivona Dadic, noch dazu ohne starke Konkurrenz, mehr wert als die 150 Punkte mehr von ihrer Bestleistung in Berlin 2018. Von dem bin ich wirklich selbst überzeugt, dass der Mehrkampf halt sicher der stärkste Mehrkampf meiner Karriere war, auch wenn es von den Punkten her ein bisschen weniger ist, aber wirklich bei diesem schlechten Wetter und bei den schlechten Bedingungen. Ohne große Ereignisse sind die Staatsmeisterschaften heuer der Saisonhöhepunkt für Dadic. Die Jahresweltbestleistung ist der verdiente Lohn.